Hey, ich bin Job und ich bin Rix. Zusammen zeigen wir dir, wie du deine Videoskills auf das nächste Level heben kannst, wie du mit einfachen Mitteln qualitativ hochwertige Ergebnisse erzielst und natürlich, wie du deine Kreativität beim Videoschnitt vollen Lauf lässt. Und falls du noch keine Kamera in der Hand hattest, kein Problem, schau hier drüben, ist das Einstiegsvideo. Falls du Bock auf ein anderes Video hast, hier drunter, hau rein. Bis zum nächsten Mal.